Obwohl die PlayStation 5 nun schon bereits seit November 2020, also fast ein halbes Jahr, auf dem Markt ist, haben es zahlreiche Spielerinnen und Spieler bis heute nicht geschafft, sich ein Exemplar der heiß begehrten Sony-Konsole zu sichern. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich bei der Produktion oder genauer gesagt bei der Beschaffung der dafür benötigten Teile aktuell einige Komplikationen ergeben. Problematisch ist vor allem die anhaltend starke Nachfrage nach Halbleitern, die die wenigen Hersteller solcher Chips nicht ausreichend bedienen können. Eine Situation, die sich in den kommenden Monaten wohl nicht so schnell entspannen wird. Laut diverser Hersteller müssen wir daher davon ausgehen, dass PS5 und Co. noch für lange Zeit nur schwer zu bekommen sein werden. Große Zulieferer wie AMD, Nvidia, Intel und TSMC sprechen etwa davon, dass sich die Lieferengpässe noch bis mindestens 2023, also zwei weitere Jahre, fortsetzen werden. Erst dann soll sich die angespannte Lage ein wenig verbessern. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Halbleitern sprunghaft angestiegen und seitdem nie wieder zurückgegangen. Bisher haben wenige Produzenten aus Taiwan und Südkorea nahezu allein die komplette Welt mit den Chips versorgt, ohne die heutzutage auch kein Auto mehr funktioniert und die in unzähligen unterschiedlichsten Produkten unabdingbar sind. Das hat zur Folge, dass bestimmte Produkte priorisiert werden müssen, solange es nicht ausreichend Halbleiter gibt. Eine PS5 ist da nicht so wichtig wie manch andere Dinge, zum Beispiel eben Autos. Zwar bauen viele Firmen bereits neue Betriebsstätten für die Produktion von Halbleitern auf, kurzfristig wird das aber wohl nichts bringen. Bis eine solche Fabrik in die Massenproduktion gehen kann, dauert es nämlich ein paar Jahre. Die USA und auch die EU planen derweil eigene Produktionsstätten, um nicht nur die Weltproduktion der dringend benötigten Chips zu erhöhen, sondern auch in Zukunft weniger stark von anderen Staaten abhängig zu sein. Doch auch das bringt aktuell noch keine Entspannung und wirkt sich erst in ein paar Jahren aus. Während Microsoft bezüglich der Verfügbarkeit der neuen Xbox trotzdem optimistisch ist und eine Entspannung schon in wenigen Monaten erwartet, betrachtet Sony das Ganze etwas nüchterner. Zwar konnten bereits mehrere Millionen PS5-Konsolen verkauft werden, ohne Halbleiterknappheit wären es aber mehr gewesen. So sahen es zumindest die Verkaufsprognosen vor. Das japanische Unternehmen hat seine Zulieferer angehalten, die Produktion zu erhöhen, geht aber zugleich davon aus, dass die Kapazitäten in nächster Zeit noch nicht merklich steigen werden.